hallo und herzlich willkommen in der kreuzfahrt lounge ich bin es eure mein schiff expertin melanie heute mit dem nächsten thema das ich am freitag im video bereits angekündigt habe ich habe euch am freitag über die mein schiff inklusiv leistungen aufgeklärt und am ende ging es darum was ist eigentlich wenn euch das alles noch nicht genug ist wenn ihr noch mehr wollt noch mehr inklusiv leistung noch mehr service dann solltet ihr die ganz große freiheit auf der mein schiff flotte buchen ja ihr seht ihr das pärchen über mir die schauen ganz verliebt und glücklich lächelnd in den sonnenuntergang man sieht die sonnenstrahlen in ihrem gesicht und ich bin mir fast sicher ja dass die beiden die ganz große freiheit gebucht haben denn die beiden sehen so aus als wären keine wünsche mehr offen und der ganze urlaub ist komplett perfekt aber was ist die ganz große freiheit wie kann man das buchen oder was geht es da überhaupt das möchten wir jetzt in diesem video einmal zusammen klären erst mal vorab für wen lohnt sich denn die ganz große freiheit die lohnt sich für alle gäste die sich neben den premium inklusiv leistungen das gewisse etwas gönnen möchten doch was ist dieses gewisse etwas was was ist neben den premium inklusiv leistungen was kann man sich mit der ganz großen freiheit alles noch dazu kaufen was beinhaltet die ganz große freiheit ja die ganz große freiheit die beinhaltet speisen und getränke die nicht in den premium inklusiv leistungen enthalten sind wir haben ja im video über die inklusiv leistungen oft von der großen freiheit von dem diamanten am heck des schiffes zum beispiel gesprochen darüber dass es dort alles zuzahlungspflichtig ist bucht ihr die ganz große freiheit dann müsst ihr hier nichts mehr dazu zahlen ihr könnt ins steakhouse essen gehen ihr könnt ins esszimmer essen gehen ihr könnt in sanami essen gehen ihr könnt ins schmankerl essen gehen egal wohin ihr gehen möchtet mit der ganz großen freiheit habt ihr die ganz große freiheit und es ist quasi alles inklusive auch die diamant bar wo ja jegliche cocktails in zuzahlungspflichtig sind die ist für euch in der ganz großen freiheit inklusive der champagnertreffen ihr könnt ihr ein gläschen champagner trinken das ist überhaupt gar kein problem denn alle kulinarischen extra leistungen die im premium inklusive in den premium inklusive leistungen nicht enthalten sind sind bei der ganz großen freiheit dabei das heißt ihr könnt wirklich schlemmen bis der arzt kommt und müsst nirgends auch mehr einen cent dazu bezahlen was ist auch noch inklusive kulinarische themen veranstaltung sofern diese an bord angeboten werden der diamant service was ist das ihr könnt euch getränke und speisen auf die kabine bestellen aus der diamant karte genau ihr habt die möglichkeit ja auf der kabine zu sitzen und euch einfach mal eine kleinigkeit auf die kabine zu bestellen auch getränke und dann wird euch das kostenlos auf die kabine gebracht sofern ihr eine mini bar auf der kabine habt dann ist diese in der ganz großen freiheit auch inklusive und was ganz wichtig ist ihr habt ihr auf der mein schiff flotte zwar auf allen bei allen fahrstühlen auf den gängen getränkespender und ihr habt auch die karaffen mit denen ihr diese auffüllen könnt was für alle gäste inklusive ist aber ihr habt doch immer noch zwei wasserflaschen auf der kabine stehen die normalerweise zuzahlungspflichtig sind bei der ganz großen freiheit sind diese wasserflaschen bereits inklusive ihr könnt ihr auf der kabine verzehren ihr könnt ihr mit auf den landausflug nehmen ihr könnt ihr mit aufs pool deck nehmen wenn ihr das wollt wobei das natürlich auch totaler quatsch ist weil da könnt ihr euch ja auch wieder wasser bestellen aber wie gesagt die wasserflaschen auf der kabine ja die sind auch inklusive ja und wie ihr jetzt merkt wow das ist eine ganze menge vor allem eben auch die spezialitäten restaurants die plötzlich inklusive sind das lohnt sich auf jeden fall und jetzt reden wir tatsächlich von einem premium alles inklusive weil eben kulinarisch gesehen alles inklusive ist aber ich wäre nicht ich wenn es nicht auch ein aber gebe es gibt auch leistungen die tatsächlich nicht inklusive sind und welche leistungen das sind das klären wir jetzt was ist in der ganz großen freiheit nicht inklusive das sind workshops und verkostungen das heißt es werden ja auch so whiskey tastings angeboten gin tastings und lauter solche sachen die ihr über das meine reise portal buchen könnt die sind da nicht inbegriffen auch kulinarische pakete wie zum beispiel das gourmet paket oder das ganz schön gesund paket was ihr dazu buchen könnt das ist nicht inklusive aber sind wir mal ehrlich das braucht ihr auch nicht denn alles was im gourmet paket inklusive ist sprich die spezialitäten restaurants im diamanten die habt ihr ja eh schon dabei so dass ihr gar keine pakete mehr buchen buchen müsst ja lebensmittel zum mitnehmen was versteht man darunter ja wir sprechen zum beispiel von pralinen in der naschbar ja die sind nicht dabei also alles was man jetzt so mitnehmen kann das müsst ihr nach wie vor extra bezahlen was auch nicht inklusive ist sind flaschen weine oder auch champagner in flaschen also ich hatte ja vorhin schon den champagnatreff erwähnt dass ihr da durchaus auch ein gläschen champagner trinken könnt aber hier bleiben wir beim gläschen also eine ganze flasche könnt ihr nicht bestellen also ihr könnt auch nicht sagen wenn jetzt zum beispiel ein wein nur als flaschen wein angeboten wird ja dann bringen wir halt ein glas davon nein also das funktioniert nicht nur alles was offen im ausschrank angeboten wird das ist inklusive alles was an weinen oder champagner an sekt an prosecco in flaschen verkauft wird das ist nicht inklusive aber ich glaube die auswahl an champagner und weinen die im offenen ausschrank sind sind auch so groß dass das eigentlich auch ausreichen sollte ja was auch dabei sind tabakwaren nicht dabei also tabakwaren könnt ihr jetzt auch nicht über die ganz große freiheit erhalten ihr könnt zwar tabakwaren erwerben aber müsst diese extra zahlen bei lebensmittel zu mitnehmen werden wir ganz oft gefragt zählte auch die saft werft dazu also die smoothies sind die inklusive oder sind die nicht inklusive die smoothies sind natürlich inklusive das zählt nicht als lebensmittel zu mitnehmen sondern das zählt ganz normal unter die getränke die im normalen premium all inclusive was sowieso wie es ja nicht mehr heißt nicht dabei sind und die zählen darunter also das sind keine lebensmittel zu mitnehmen ja und was kostet der ganze spaß darüber müssen wir natürlich auch sprechen das ist je nach reiselänge immer aufgeteilt was die ganz große freiheit kostet ganz wichtig für euch vorab schon mal die preise die hier aufgeführt sind die gelten pro person und sind nur für die komplette kabine buchbar das heißt wenn ihr zu zweit reist und einer möchte die ganz große freiheit haben und der andere nicht dann geht das nicht also ihr müsst es dann beide buchen kinder bis 14 jahre sind kostenfrei in der kabine der eltern also wenn sie mit den eltern reisen wenn jetzt ein 14 jähriger was gar nicht jeder allein in urlaub fahren würde dann könnte er die ganz große freiheit nicht kostenlos dazu buchen aber wenn die kinder eben mit den eltern reisen dann tun kinder bis 14 jahre da einfach kostenlos mitgehen es gibt keinen rabatt für kinder ab 15 und sind wir mal ehrlich also mein großer der wird ja dieses jahr auch schon 15 und ich wüsste nicht warum der noch für irgendwas ein rabatt bekommen sollte weil der ist mehr als ich und der und die kinder trinken ja auch viel jetzt kommt natürlich als die frage ja die trinken ja kein alkohol aber ja es gibt auch erwachsene menschen die kein alkohol trinken und müssen trotzdem den vollen preis bezahlen ja was kostet die ganz große freiheit pro person für eine fünf tage reise liegt aktuell stand ist mai 2023 also noch haben wir april aber in zwei tagen haben wir mai deswegen sage es stand es mai 2023 falls ihr das video irgendwann in zehn jahren guckt für fünf tage kostet die ganz große freiheit 445 euro pro person für sieben tage 599 euro pro person für acht tage 632 euro pro person für zehn tage 790 euro pro person und für 14 tage 999 euro pro person ja ist ein stolzer preis ja aber wenn ihr bedenkt was ihr da alles noch an extra leistungen dabei habt denke ich ist das gerechtfertigt gerade wenn ihr merkt wow ich der diamant hinten das steakhouse und die ganzen spezialitätenrestaurants das ist einfach meins ich trinke gern champagner ich lasse mich gerne verwöhnen dann lohnt sich das auf jeden fall wir haben wirklich sehr sehr viele kunden die das in anspruch nehmen und wir haben sogar sehr viele kunden die auf der einen seite suiten buchen und trotzdem noch die ganz große freiheit dazu buchen gerade als die ganz große freiheit damals nur raus kann man viele gesagt brauche ich nicht habe eine junior suite aber was bringt ihr denn die junior suite wenn man ein steakhouse essen gehen möchte dann muss man es ja trotzdem bezahlen und deswegen gibt es wahnsinnig viele die das mittlerweile verstanden haben und sagen ja gut ich habe zwar eine junior suite oder eine suite kann in der x lounge meinen champagner trinken und kann den jetzt aber überall an bord trinken und ich kann noch in die spezialitätenrestaurants kostenlos essen gehen ja das wird wie gesagt sehr sehr oft tatsächlich genutzt und jetzt kommen wir gleich zur nächsten frage wie kann man das denn buchen wir werden oft darauf angesprochen bei der buchung direkt ja könnt ihr uns die ganz große freiheit dazu buchen nein das können wir leider nicht also man kann das nicht wie die web tarifoptionen direkt bei der buchung dazu buchen sondern das geht nach der buchung ab vier monate vor reisebeginn ja auf der persönlichen meiner reise seite also ihr lockt euch ja bei meine reise ein um auch euer manifest auszufüllen und da unter dem bereich pakete könnt ihr das eigenständig dazu buchen ihr habt aber auch die möglichkeit das an bord noch zu buchen in dem in meine reise bortportal sprich quasi auf dem fernseher oder über die app und ihr habt auch die möglichkeit dass am anreise tag an der rezeption noch zu buchen so jetzt gibt es natürlich die fälle wo die leute sagen brauche ich nicht gehe ich nicht hin will ich nicht so und jetzt sind sie an bort und gehen den ersten tag ins steakhouse den zweiten tag ins esszimmer und stellen fest eigentlich gefällt mir das hier so gut ich möchte hier bleiben ich möchte gar nicht mehr woanders essen gehen ich finde das hier super und auch die champagner bei der champagnerträfte ist toll und die diamant war mit den leckeren cocktails sind eigentlich auch fühle ich mich hier ganz wohl ihr habt auch die möglichkeit dass während der reise noch dazu zu buchen allerdings werden euch die verbrauchten tage nicht abgezogen und das was ihr bereits ausgegeben habt wird euch nicht mehr angerechnet also es wird nicht verrechnet ihr müsst trotzdem den kompletten paketpreis zahlen und die sachen die ihr schon verbraucht habt die müsst ihr zusätzlich bezahlen das lohnt sich also nicht dass während der reise noch zu machen deswegen immer lieber vorher wenn ihr das jetzt vorher bucht und sagt nee also irgendwie ich glaube doch nicht wir sind so viel auf ausflügen und dann will ich abends so schnell eine kleinigkeit essen und nicht da groß essen gehen und noch champagner trinken ich möchte das wieder stornieren dann ist das bis einen tag vor anreise auch über meine reise möglich am anreise tag oder an bord geht das nicht mehr dann könnt ihr das nicht mehr stornieren dann ist der ofen aus dann müsst ihr da durch dann müsst ihr das buchen ja aber das mal so ein bisschen für euch auch zur information wie und wo ihr das buchen könnt ab wann ihr das buchen könnt und bis wann ihr das auch noch mal kostenlos stornieren könnt ja das war es eigentlich auch schon zur ganz großen freiheit viel mehr kann ich dazu nicht sagen außer dass es sich wirklich lohnt dass sich mal zu überlegen viele die gehen auch bei der ersten reise hin und sagen nee brauche ich nicht und dann stellen sie aber während der reise ganz oft fest dass sie sehr oft im diamanten eben essen waren und auch mal cocktails getrunken haben und buchen das dann für die zweite reise ja ich hoffe ich habe euch jetzt ein bisschen auf den geschmack gebracht und ihr möchtet eure nächste mein schiff kreuzfahrt buchen dann macht das natürlich bei uns in der kreuzfahrt lounge ist ja klar kommt persönlich bei uns in abends oder in buxenhude vorbei ruft uns an oder schickt eine whatsapp an die beruf nummer 04 167 292 9941 oder schreibt uns einfach eine e mail an postet meine minus kreuzfahrt lounge punkt de natürlich könnt ihr auch online rund um die uhr bei uns auf der webseite www.meine-kreuzfahrt lounge punkt de buchen und bekommt dann auch mitten in der nacht wenn es sein muss eure wunschkabine von uns gesichert dass sobald ihr eine buchung bei uns ja im system platziert wird die auch automatisch im system von toy cruises platziert ja wie gesagt die ganz große freiheit das können wir bei der buchung nicht direkt mitmachen das geht ab vier monate vor reisebeginn dann in der meine reise ja ich hoffe das video hat euch geholfen und ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über die ganz große freiheit könnte es für euch so ein bisschen einschätzen ob sich das für euch lohnt oder eben nicht und wenn ihr noch fragen habt ja dann schreibt uns eben über die kontaktmöglichkeiten die ich euch gerade genannt habe oder stellt eure frage einfach in den kommentaren dann werden wir euch diese natürlich gerne beantworten ja wie immer würde ich mich natürlich auch über einen daumen nach oben freuen vorausgesetzt euch hat das video gefallen und wenn ihr auch die nächsten videos von uns nicht verpassen möchtet dann abonniert doch gerne unseren kanal und aktiviert die glocke dann werdet ihr nämlich direkt über neue videos informiert sobald diese online gehen ja jetzt wünsche ich euch heute abend einen schönen tanz in den ersten mai und hoffen wir mal dass das wetter so schön bleibt wie es aktuell zumindest hier bei mir vor der tür ist und ja die sonne geht hier bei mir in der hohen luftbar gerade schon unter deswegen gehe auch ich jetzt in den mai tanzen wir sehen uns morgen mit einem ganz spannenden thema wieder bis dann eure melanie